Es fällt euch sicher schwer, das zu glauben, aber vor langer Zeit wusste niemand etwas über Weihnachten. Es begann mit einem Jungen namens Nikolaus und einer Anweisung des Königs. Nun erwarte ich von euch, bis an den Rand unseres Königreichs zu ziehen und einen Funken Magie mitzubringen. Hauptsache, es gibt uns Hoffnung. Ich gehe nach Wichtelgrund, zu den Wichtelmiker. Ich will der Welt neue Hoffnung schenken. Kleiner Dummkopf, jeder vernünftige Mensch weiß, dass es gar keine Wichtel gibt. Bereit, mein Freund? Sowas von bereit. Du sprichst. Ja, und fliegen kann ich auch. Nein, kleiner Scherz, seit wann können Mäuse fliegen? Es ist eine gefährliche Reise nach Wichtelgrund. Unter dem Mond hindurch, an den schlafenden Riesen vorbei, den spitzen Berg hinauf. Wir werden hinkommen, das weiß ich genau. Nikolaus! Es ist halt Mika! Das ist ein Mensch? Frisst er uns? Wo bin ich? Hier ist nichts. Um etwas sehen zu können, musst du daran glauben. Wirklich daran glauben. Wichtelgrund! Wir haben es gefunden! Jetzt mal ganz ehrlich, Kleiner. Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen. Was ist das? Wir feiern hier das Weihnachtsfest. Ich bin im Zuckerparadies! Keine Ahnung, was Weihnachten ist, aber ich liebe es! Wer ist das? Ich bin Nikolaus. Es ist verboten, Menschen hierher zu bringen. Lasst sie nicht entkommen! Wir sind verloren. Der König hat um Hoffnung gebeten. Könnt ihr mehr machen? Viel, viel mehr. Und wir haben wenig Zeit. Und ich hab wenig Käse. Lauf schneller, Blitz! In dir steckt Magie! Magie existiert wirklich! Nikolas zeigte der Welt, dass alles möglich ist. Ein Junge namens Weihnacht. Es ist in jedem Jahr nur ein Tag. Wie wollen wir ihn nennen? Der Nico und Mika, die sprechende Maustag. Hast du noch einen anderen Vorschlag? November im Kino